meine verschwendung hermann das gefunden diamanten das war's nicht glücksspitze geholt nach ne samthandschuhe genau nicht glück samthandschuhe habe ich gar nicht scheiße die würde mir noch fehlen philip hast du mittlerweile mal ach nee so kommst du nie bis level 30 ist das kann man nämlich auch nicht von dir erwarten dass du jemals level 30 erreicht oder ich bin level 6 jetzt so naja ich bin halt ein bauer und töter halt die fresse das ist mittlerweile typisch philip klingt richtig nervig wie immer das ist schon der angenehmste ton ich denke das ist der nervigste ton damit du aufwachst oder war das beim handy so nein das ist bei meinem meinem handy so das ist das festnetstelefon das klingt wie so eine übelst nervige glocke oder so ja und wenn es auf wird mit klingeln also das telefonierter wort noch was hat das telefon telefonierter was verlassen sie ihren namen und ihre telefonnummer nach dem hinweiston vielen dank ok aufgelegt solcher ordner wer war's denn weiß ich doch nicht ich gehe da nicht ran na aber wird das nicht angezeigt oder oder keine eingespeicherte nummer jetzt passen wir auf moment zeit und intern ruftoneinstellung klingelton das habe ich gibt es noch das nicht dass es dann hier wieder urheberrechtsverletzungen gibt ich glaub das ja es wird immer nerviger so musik mit philipp soll ich noch mal eine runde flöten du hast doch also das will ich hören also ich glaub ne was flöten ich hab doch schon mal meine flöte auspackt oder weiß ich gar nicht glaube ich ich glaube das klang bestimmt scheiße ich mache schon mal meine flöte aus jetzt philipp ich merke langsam die zweideutigkeit ich glaube es reicht das habe ich flöte jetzt eben darf ich mal deine flöte spiele spielen film irgendwie kommt da wirklich ab und ton raus kaputt wie gesagt klingt immer nach scheiße kaputt kaputt kompott kaputt kaputt oh die anleitung von der flöte ist noch ausgefallen kannst du da keinen ton einspeichern wie beim telefon nicht aber wenn ich das zudrück kommt das raus interessiert mich nicht wie ich den bildschirm gut ist das klingt aber auch ganz schön brutal ich will gar nicht wissen was in meinem bildschirm eigentlich alles liegt wenn ich das zudrück kommt das raus flöte und dann auch die beschreibung das gute ist die zuschauer verpassen bei mir nix wenn ich nicht aufnehmen weil ich nicht zu bauen komme super was machst du denn dann feld bauen ne flöten flöte flöten bauen genau kannst ja mal verbessern bestimmt maximal flöten ziel na ich meine ja die flöte dass die irgendwie gut klingt halt moment ich kann hier runter springen philipp starb aber nicht ich das muss erstmal und diesen schandfleck zubauen was heißt denn der schandfleck ja wo früher mal die lava drinnen war das kratzt mich ganz nett an hier also ich dachte schon nach meinen todesort hast du noch eine diamantspitzhacke irgendwie bestimmt ich würde das ob sie da wenigstens noch abbauen wollen hier versuch mal ich habe bestimmt ein lager irgendwo was weil das ist ja dann überschwendung wenn ich das super ich habe noch gerade keine ahnung wo ich mit verzauber ne verzauber das habe ich in meinen truhen ich meine ich bin egal also normal dir dürfte da sein muss ja im endeffekt bloß jemand sein wie hoch solchen hier platz lassen für seinen komischen turm ich habe keine ahnung brauchen daniel ich mache vorsicht aber 20 oder so schreibt doch mal bei whatsapp bei daniel ich baue dich kurz zu welchen platz kosten ich dachte es sind irgendwelche und irgendwelche aliens die irgendeinen penis bauen wollten oder so was hier werkzeug in den kisten nur eine spinne in deinem lager das ist ja blöd hast du eine matthias gefunden ja aber ich dachte bevor ich warst du übrigens noch ganz viel glas in deinem in der truhe was heißt denn ganz viel elf stacks ja die hole ich noch das hat mal schönen überblick hier also alles was aus diamant gefunden ist ist eine diamant hacke na willst du denn in der hacke ach spitzhacke hast du alles durchgeguckt wirklich alles hier sind diamantschaufeln noch ne diamant also drei diamantschaufeln haben wir gefunden oh cool meine goos soll zu viel haben hast du noch irgendwo anders kisten also unten na nur da unten da hast du auch die vorkisten geguckt im lager und davor nur den vorkisten war überhaupt was gutes drin im lager habe ich gar keine werkzeuge okay dann baue ich mir selber was ich habe bloß 18 diamanten ich dachte ich hätte ich dachte ich hätte irgendwo eine werkzeugkiste und im hinter raum hinter hinter dem großen raum wo das netter zeit kommt genau ich keine ein bisschen raus ich baue mir jetzt was diamanten ist guck ich dann gleich mal hier unten ist doch noch eine kiste mit ganz viel zeug stehen wirklich dein muss eigentlich das muss ja alles noch hoch zu mir ich bräuchte auch mal jemand der bei mir sortiert ich würde auch die ausgeben als entlohnung philip kannst du mal raus gucken ich bin auch unten gerade bei der ausgabe ach so ok ja dann mach weiter wie komme ich eigentlich hier wieder runter springen das ist eine gute frage es wird langsam hoch ist egal ich springe auch ständig bei mir bergrunne ohne probleme du bist vor uns zweimal gestorben ne es war ausgeschnitten oder was kann ich mich nicht dran erinnern es war auf den kopf gefallen hoch geht er mal hoch aber wenigstens bin ich hier oben sicher vor spinnen und so naja das dachte ich auch immer ich glaube hier kommt keiner hoch und bin ich runtergefallen weil ein küfer vor mir stand das wäre ganz schön dumm wenn hier oben in das braun würde weil hochkommen dürfte er nicht kommen da fehlt noch ein kommen wusstest du eigentlich dass ich bei counterzeugen mal gold 1 war ja vor dem update nein jetzt im letzten war ich ganz ehrlich du warst auch letztens mal goldnummer 1 ich weiß schon ne doch da hat man zusammengespült als du goldnummer 1 hast genau die betonung liegt halt auf war lange habe ich es nämlich nicht durchgehalten scheiße jetzt werden wir wieder hoch verdammt wie viele blöcke kann man unbeschadet fallen das reicht du blöde es misst viel ey was ich du misst viel ne du bist kein creepo also ja das passt ja trotzdem manchmal weiß ja nicht was ich gemacht habe hat da nicht gesehen dass ich da ganz in ruhe gerade abbaue ich spawne sogar äh solche zombie dorfbewohner beim dani in der näher die spawne überall du kannst dich halt bloß nicht verwandeln ach so ich dachte ich spawne dann nur wo es geht ne ne ok wie viele türen brauchst du mal weiß ich nicht mehr ein paar drei oder so drei überdachte türen da hat man sich keine türen hey da kannst du einfach einen türbogen bauen irgendwie ne ich reich glaube sogar eine tür mit dem block drüber super diese anforderungen so jetzt kommen wir zu meinem ausgrabungsort da hinten muss eigentlich da licht da lichtet sich was was ich morgen mein rechner um den ganzen tag oder löwen na wenn du hoch lädst aber nacht schon aber dann den ganzen tag noch wenn du hoch lädst ach ich war schon wieder so weit entfernt das ist ja gar nicht geschmolzen an in der zeit das ist auch nicht schön ich dachte ja eigentlich dass ich halt meine videos hochladen wenn ich ins bett gehe und dann prüfe auf der wo das problem ist halt ich gehe immer so spät ins bett da wird es irgendwie was das ist ein stein na halt und ne musst du gucken mal langsam aufpassen dass mein zeug hier nicht kaputt geht kaputt es geht schon es geht schon langsam richtung ende ach der hat gar keine haltbarkeit was denn ein schwert gibt es für schwerthaltbarkeit jo ok ich hab's nicht so wie sieht der mondstand aus ja hat bald tag gut hier finden wir ich glaub das war die große mine hm wie wächst denn das feld so hast du hunger oder was ich hab jetzt die hälfte verbraucht von meinem brot da ist noch ein bisschen was drin ich kann auch gerade noch nicht abernten ok kannst du nochmal antworten ich hab vor uns noch mal kurz aberntet ne na stand wenn ich muss ähm kartoffeln wie sieht es damit aus sind angepflanzt aber wahrscheinlich noch nicht im angebot ok so da kam ein zombie geht wieder weg na gut ich habe ein d